Ich heiße Klaus Weber und arbeite im Augenblick an der Hochschule München. Das ist eine Fachhochschule und da bilde ich Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen aus. Und das mache ich seit fast 20 Jahren. Aus psychologischer Sicht würde ich erstmal grundsätzlich gar nicht sagen, dass irgendeine Bedingung krank macht, sondern dass Kinder in ökonomisch oder sonstig ärmlichen Verhältnissen krank werden. Und das, glaube ich, ist jetzt eher eine Frage für Soziologen und Gesundheitswissenschaftler, die sehr gut einen Zusammenhang zwischen sozialer und ökonomischer Lage und psychischer Befindlichkeit benennen können oder körperlichem Wohl oder Unwohlsein, weil das ja die Definition von Krankheit ist. Also nach der Weltgesundheitsorganisation wäre es ja das, glaube ich, körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden. Und wenn man das soziale Wohlbefinden damit reindenkt, dann ist klar, dass die, sage ich mal, die Möglichkeit, sich an der Welt, am Leben zu beteiligen, Sachen zu erleben, auf der einen Seite sehr eingeschränkt sind. Kulturell, im sozialen Umfeld gibt es wenig Dinge, die bereichernd sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber wahrscheinlich auch etwas, was gern unterschlagen wird, dass ärmliche Verhältnisse durchaus ein Potenzial beinhalten, in denen Kinder selber etwas entwickeln müssen, wenn sie es können, mit anderen, um darin zu überleben. Also da wäre ich vorsichtig, grundsätzlich die Aussage zu treffen, sondern die Bedingungen sind wahrscheinlich eher so, die hygienischen, die Wohnbedingungen, dass Kinder krank werden können. Aber was die psychische Seite betrifft, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Kinder da auch, heute gibt es ja diesen Resilienzbegriff, also Kinderfähigkeiten da drin entwickeln, um zu überleben. Und die durchaus, ja, wir als Kompetenzen bezeichnen könnten, die andere, so verwahrlost die Mittelschicht- oder Oberschichtskinder, gar nicht mehr entwickeln können, weil die dauernd am Handy oder am Smartphone hängen. Also wenn es darum geht, eine Psychologie an den Universitäten zu lernen oder eine Psychologie zu entwickeln, die dazu beitragen kann, dass Psychologen auch gut mit Menschen arbeiten, dann wäre es erstmal wahrscheinlich wichtig, dass die Praxisseite, ob das Sucht, ob das Gesundheit, ob das Beratung betrifft, die sozialen Lebenslagen der Menschen, ob das Frauen sind, Männer, ist sozusagen in der Angstbewältigung ein ganz wichtiger Punkt, und dass diese Art von Psychologie, die ich mir im Kopf vorstelle, auf die wirklichen Lebenslage der Menschen eingeht. Und dazu dann auch, ohne nur über Praxis zu reden, natürlich mit einem theoretischen Rüstzeug und mit einem praktischen Rüstzeug, versucht, diese Probleme mit den Menschen anzugehen. Ich sage jetzt extra, nicht zu lösen, weil Probleme lösen, das sind so typisch deutsche Aussagen, und das führt dann meistens zu Endlösungen von Problemen. Mit Problemen kann man gut oder schlecht umgehen, würde ich sagen. Und Studenten sollten das im Studium auch üben, und dazu bräuchten sie eine gute Theorie. Natürlich gibt es diese guten Theorien, da gibt es Ansätze aus der Psychoanalyse, aus der kritischen Psychologie, da gibt es auch an Hochschulen und Fachhochschulen in Deutschland gibt es Konzepte, die auch im Suchtbereich durchaus, sage ich mal, tragfähig sind, aber die Universitätslandschaft ist zu 95 Prozent leider so, dass Praxis erst nach dem Studium geübt wird. Und dann sitzen diese ganzen Psychologen schon in Beratungsstellen und haben noch keinen Satz Beratung geübt. Aber ich denke, der Praxisbezug mit einer kritischen Reflexion, was ich da mache, ist klar. Und dann gibt es noch etwas, was wichtig ist, dass man nicht sozusagen diese Denkschablone aufrechterhält, wenn wir ein Problem haben, also ich ein Problem habe, dann muss man an dem Problem bei mir arbeiten, sondern wie bei Kindern und Armut, Gesundheit und Armut schauen, unter welchen Bedingungen findet das Ganze statt. Werde ich krank? Kriege ich psychische Probleme? Und dann geht es auch darum, diese Bedingungen anzuschauen. Und da könnte man auch Anleihen aus der systemischen Psychologie nehmen, die ja einfach bei einem Kind zum Beispiel sagt, das Kind spielt eine Rolle in der Familie. Man muss sich das ganze System anschauen und die Funktion, die das Kind hat. Und insofern müssten sich eventuell die Eltern ändern oder auch ein Schulbetrieb ändern, weil das Kind darunter leidet. Und das Kind wäre an sich ja gesund psychisch. Ja, wenn es darum geht, die Perspektive eines Kindes einzunehmen, dann würde ich als Psychologe, der zur Schule der kritischen Psychologie gehört, das heißt ja auch Subjektwissenschaft, würde ich sagen, das ist sozusagen das A und O jeder guten Psychologie. Also wir arbeiten mit Menschen, man kann die auch als Klienten bezeichnen, aber wir arbeiten mit Menschen. Und um zu verstehen, warum ein Kind was macht, um zu verstehen, warum ein Kind was unterlässt, warum ein Kind vielleicht was macht, was aus der Sicht der Eltern verrückt, komisch, absurd ist, dann kann ich nur ein Verständnis für das Kind kriegen, wenn ich seine eigene Logik entwickle und es mitdenken kann. Und dann kann man zum Beispiel bei ADHS, also Hyperaktivität, sehr gut sehen, dass die Kinder ganz, ganz, ganz lange normal leben, was eh schon vielleicht ein komischer Begriff ist normal, aber sozusagen störungsfrei aus der Sicht der Eltern und der Lehrer und mit dem Schulbeginn oder in manchen Kindergartensituationen durch die Struktur, in die sie reinkommen, zum Beispiel diese Bewegungsarmut an den Schulen, dass sie sitzen müssen, also mein Sohn, wenn der heute heimkommt, eine Woche oder sieben Stunden sitzen müssen, dass sie durch diese Art der Institution plötzlich ein Bedürfnis entwickeln, über die Stränge zu schlagen, sich zu bewegen, auch in der Schule natürlich zu rebellieren. Und dann könnte man auch mal verstehen, dass ADHS und Schule einen Zusammenhang bildet und nicht ein Kind halt irgendeine Störung in sich trägt, die man dann mit Ritalin behandeln muss. Also da wäre die Notwendigkeit aus der Logik des Kindes, dessen Begründungen für ein Handeln zu entwickeln, das wäre unbedingt für eine, sage ich mal, gute Psychologie notwendig. Aber das wird weder gelehrt, noch kann es irgendwer lernen. Das gibt es nur in der Psychoanalyse und in der kritischen Psychologie. Was ist der Begriff oder der Satz, arme Kinder können starke Kinder sein? Der ist natürlich mit dem Können richtig. Also das ist nicht ein Ursache-Wirkungsverhältnis, es muss so sein, aber ich habe das vorher kurz angesprochen, dass der Zusammenhang ja logisch sein kann. Wenn ich jetzt mal an meine eigene Kindheit denke, wir kommen aus einer einfachen Arbeiterfamilie mit drei Kindern, meine Mutter war Hausfrau, mein Vater hat wenig verdient, 670 Mark in den 60er, Ende der 60er-Jahren, das war jetzt nicht so früh. Und was wir alles gemacht haben als Kinder, war gemeinsam mit den anderen Schulkindern, die in der Regel, weil das eine Arbeiterstadt war, alle sehr arm waren, wir haben uns die sozialen Nahräume, würde man heute sagen, erobert. Also wir waren im naheliegenden Fluss beim Fischen mit den Händen, wir haben Staudämme gebaut, wir sind ins Moor und haben Baumhütten gebaut, wir haben im Moor irgendwelche Sachen gegraben, wir haben einfach das ganze nahe Umfeld, ohne dass uns wer kontrolliert hat, per Handy oder sonst was wie heute, haben wir uns erobert. Die Eltern haben zum Teil das unterstützt, es gab auch Eltern wie meine Mutter, die immer Angst gehabt hat um uns, dann haben wir es vielleicht trotzdem oder erst recht gemacht, aber diese Stärke, also etwas kennenzulernen aus der Umwelt, sich gegenseitig zu unterstützen, vielleicht aber auch natürlich manchmal auch die Schwächeren fertig zu machen, das sozusagen so kindliche, ungerechte Sachen haben wir sicher auch gemacht, aber wir haben ganz, ganz viel gelernt und haben gelernt, in dieser Kleinstadt zu leben mit dem, was vorhanden war, weil wir kein Geld hatten, weil wir keine Unterstützung durch die Großen hatten und weil es auch so etwas wie Freizeitparks, Event, Locations, sagt man, da heute gar nicht gab. Also entweder wären wir zu Hause gekocht, dann wären wir aber der Willkür der Mutter oder später der Eltern ausgeliefert gewesen, das wollten wir nicht, weil das doch ein bisschen autoritär und gewalttätig zuging in der Arbeit der Familie, also sind wir raus. Und dieses Rausgehen, würde ich sagen, hat uns auch stark gemacht. Allerdings darf man da nicht vergessen, dass es auch immer Kinder gibt, die auch in dem Bereich Unterstützung, Förderung bräuchten und das hat es bei uns natürlich überhaupt nicht gegeben in den 60er, 70er Jahren. Also auch wenn ich an Behinderungen denke von Kindern, da war das ja noch in Bayern allemal so, dass man behinderte Kinder abgeschoben hat und nicht als förderungswürdige Menschen, Kinder betrachtet hat. Und der Resilienzbegriff, der kam ja sehr viel später auf. Der Resilienzbegriff bedeutet ja eigentlich nur, was habe ich an Fähigkeiten, Kompetenzen erworben, um in einer Umwelt, die ziemlich unangenehm und nicht gesundheitsfördernd, sondern eher schädlich ist, um dort zu überleben. Und da würde ich schon sagen, es besteht die Möglichkeit, in diesen Armenverhältnissen gewisse Kompetenzen zu erwerben, die mir dann im Erwachsenenleben, wenn ich Sozialhilfeempfänger bin oder wenn ich in einer schwierigen Lebenslage bin, arbeitslos werde, wo ich wieder auf sowas zurückgreifen kann, dass ich meinen Alltag organisieren kann, ohne Supermärkte, ohne Schnaps saufen, ohne Dinge zu machen, die mich schädigen. Das könnte sein, aber das ist halt nur eine Kannaussage. Insgesamt stimmt wahrscheinlich soziologisch der Zusammenhang, arme Verhältnisse machen Kinder und auch Erwachsene eher krank. Also wenn ich an Arztbesuche denke, wenn ich an Vorbeugemaßnahmen denke, Voruntersuchungen, wenn ich an Prävention denke, wobei das auch ein schwieriger Bereich ist, wenn man alles immer abcheckt. Aber ich denke schon, dass es einfach ein Unterschied ist, ob wir im Sportverein aktiv dabei sein konnten, auch als Arme, oder ob man einfach den ganzen Tag den Körper nicht bewegt. Das ist sicher etwas, was auch mit finanziellen Sachen zu tun hat. Und bei uns kostet der Sportvereinsbeitrag etwas und das können sich nicht alle leisten. Die Eltern sind erstmal für Kinder, wenn sie groß werden, ja, wenn man so will, die Stellvertreter dieser großen Welt, die diese Welt verschließen können oder die Welt aufschließen können für die Kinder. Also ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass Kinder selbst was machen können. Auch sehr früh schon, auch über Kindergärten, Kinderkrippen, dort Teile der Welt erleben können. Aber auch das entscheiden ja die Eltern, geht mein Kind in die Krippe, wo geht es in den Kindergarten, lasse ich es zu Hause und das ist sozusagen eine zentrale Funktion, ob die Eltern auch da in irgendeiner Weise verstehen, dass Kindern die Welt zugänglich gemacht wird und dann gleichzeitig aber auch noch die Welt in welcher Form. Also heute redet man ja von Helikoptern, Müttern, aber auch Vätern, die sozusagen vor lauter Überfürsorge ihre Kinder nicht mehr rauslassen. Auch in den USA die Tendenz, den Kindern Chips unter die Haut zu pflanzen oder sie haben ein Handy dabei, um sie dauernd kontrollieren zu können. Das ist natürlich die Rolle der Eltern, die da sagt, unser Kind ist immer gefährdet und wir wollen natürlich nicht, dass dem was zustößt. Das ist verständlich. Das weiß ich auch, dass ich das nicht will mit meinem Sohn, aber der war jetzt am Wochenende reiten mit zwölf Jahren auf einem Pferdgalopp im Freien. Wenn der runterfällt, kann er sich ja auch den Hals brechen. Aber wenn ich denen dann sage, du darfst nicht reiten, weil du dir wehtun kannst, dann kann man sagen, das hätten sich die Eltern schon auch vor der Geburt überlegen können, weil da braucht man kein Kindzeugen. Ich habe erst gelesen, dass es von Janusz Korczak, der war ja der Pädagoge, der mit den Kindern ins Vernichtungslager gegangen ist, als Pole, der ein Waisenhaus hatte und gesagt hat, ich lasse mich mit den Kindern vergasen, obwohl ich weiß, er hätte ein Ticket sozusagen gehabt, raus aus dem Ghetto. Und Janusz Korczak hat ein Buch geschrieben über die Rechte der Kinder und ein Recht heißt das Recht auf den eigenen Tod. Also Kinder müssen so spielen und leben, dass sie auch sterben können. Und bei uns ist es so, den Kindern soll überhaupt nie was zustoßen. Es ist so ein Vollkasko versichert sein, alles soll TÜV geprüft sein und alles muss so sein, dass Kinder nie was zustoßen können. In so einer Welt kannst du ja überhaupt nicht mehr Kinder sein. Und das wären alles so Beispiele, in denen Eltern, wenn sie denn mal überhaupt über ihre Kinder nachdenken, und nicht nur ihre Kinder als Funktion ihres eigenen misslungenen Lebens betrachten, dass Eltern sich klar werden, dass mit Kindern groß werden, also nicht Eltern nur sein, sondern im Grunde große Freunde, heißt, Kinder immer auch mögen und sie immer auch schon loslassen ab dem ersten Tag und dass die ihre eigenen Wege gehen. Und das ist immer mit eigenen Schmerzen und eigenem Leiden verbunden und Ängsten. Und ich glaube, wenn ich 60 bin, habe ich auch noch Angst, dass meinem Sohn was zustößt. Und das ist auch gut so, dass wir diese Ängste haben. Aber aus den Ängsten, den Kindern alles zu verbieten, ist eine Katastrophe. Also ich bin auf die Frage oder auf den Zusammenhang von Resilienz und Persönlichkeits- oder sozialstrukturellen Faktoren, wenn ich darauf zu sprechen komme, dann bin ich zwar Psychologe von der Ausbildung her, aber ich bin ein großer Vertreter davon, dass das, was in uns drin ist, von außen kommt. Also man könnte es auch mit Marx sagen, der Mensch ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Klar, wir wissen erst mal de facto biologisch, gibt es keinen Humanmediziner oder Humanbiologen, der irgendeine klare Erkenntnis hat, dass was in uns wäre, wie Eigenschaften, wie Verhaltensweisen, die angeboren sind. Da reden die gern von Dispositionen und und und, aber im Grunde heißt es nur, wir wissen es nicht genau. Wir wissen aber ganz genau, dass wir selber und auch andere Menschen in gewissen sozialen Verhältnissen erleben, an dem man nur die Hochschule bei einem Test, 100 beschreiben einen Test und 70 kommen durch. Und plötzlich hat man 100 Wölfe erzeugt, Menschen, die Ellbogen ausfahren und grausam gegeneinander agieren. Sag ich aber, ich habe hier 100 Studienplätze und es habe ich 80 Bewerber, ja dann muss sich niemand anstrengen, weil es werden alle genommen. Und das ist für mich so ein ganz schönes Beispiel, da kann man auch Familien nehmen und und und, wie die Strukturen das menschliche Verhalten sozusagen mit erzeugen. Klar gibt es Unterschiede, die haben wir immer, aber ich würde erst mal sagen, diese sozialen Verhältnisse, die strukturellen Verhältnisse, die machen ganz, ganz viel aus. Das sieht man ja an so Zahlen, wie ich komme als Arbeiterkind sozusagen, kam ich auf die Welt und wir wissen, dass 12 Prozent aller Arbeiterkinder studieren. Von den Akademikerkindern, ich bin jetzt Akademiker und weiß ich mein Kind, das hat wahrscheinlich ein Studienplatz schon sicher, weil 80 Prozent der Akademiker Kinder studieren. Und das liegt ja nicht daran, dass die irgendwie besondere Fähigkeiten vererbt bekommen haben von den Akademikern. Wenn man die mal wirklich live kennenlernt, viele Akademiker, dann kann man eher darüber zweifeln, und ob die lebenstüchtig sind. Das ist ja so ein Punkt, wo ich sage, nee, gerade dieses arme Verhältnisse können einen erstärken. Das war jetzt in meinem Fall zum Beispiel praktisch, weil ich immer gedacht habe, ich muss ja arbeiten, ich muss ja was leisten an der Hochschule, vorher als Erzieher. Ich habe ja gar keine Alternative. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, das Studium, dann bin ich, dann habe ich nichts. Während meine Mitstudentinnen Studentinnen und Mitstudenten, die reiche Eltern haben, aber die haben einmal ein Semester länger gebraucht oder die waren drei Jahre arbeitslos, weil der Papa eh das Auto gezahlt hat und das Geld überwiesen hat. Und da habe ich dann gemerkt, dass insgesamt unter dem Leistungsaspekt ich sehr viel schneller, sehr viel weiter war wie die, weil ich musste. Allerdings darf man nicht vergessen, dass auf der Rückseite dieser Medaille ganz viele Kinder, also sozusagen die ähnliche Voraussetzungen haben wie ich, abgestürzt sind, gestorben sind an Alkohol, an irgendwelchen anderen Dingen und das darf man immer, ich bin ja sozusagen auch kein Normalexemplar dieser Gattung, Arbeiterkind. Und darum ist das mit der Resilienz so eine Sache, die in der kritischen Psychologie auch keinen Auf-, wie sagt man, keinen Widerhall findet, weil die kritische Psychologie jeden Einzelnen anschaut und das muss man im Einzelfall sehen. Und es gibt zum Beispiel missbrauchte Jungs oder Mädchen, die allein dadurch, dass sie eine gute Freundin hatten, der sie das Geheimnis sagen konnten, einigermaßen mit diesem Missbrauch zurechtkamen. Es gibt aber auch natürlich, das wissen alle, viele missbrauchte Kinder, die so schwer gedemütigt und verletzt sind, dass sie nie mehr am Fuß auf den Boden kriegen. Und da könnte man sagen, zur Resilienz oder zur Widerstandsfähigkeit gehört unter Umständen, einen guten Menschen in seiner Nähe zu haben, der gut zuhört und der den Arm um einen legt, vielleicht der Erwachsene und sagt, du bist so in Ordnung, wie du bist. Egal, wie gestört du sein magst, aus der Sicht der anderen. Also Widerstandsfähigkeit, Resilienz, wer ist schuld, wenn es nicht gelingt? Es gibt noch zwei Begriffe, die sich bei uns eingebürgert haben. Das ist Verhaltens- und Verhältnisprävention. Das ist ja sozusagen dasselbe, dass man sagt, mache ich was am Subjekt, am einzelnen Kind? Mache ich Therapie oder mache ich eine soziale Gruppenarbeit als Hilfemaßnahme? Oder sollen wir politisch, wie auch immer, versuchen, die Verhältnisse so zu verändern, dass Kinder gar nicht erst in die Situation kommen, arm zu werden? Das wäre die Verhältnisprävention. Und da kann man erst mal nur sagen, ja, das Zweite, das steht ja uns allen frei, dafür politisch zu kämpfen, dass die Verhältnisse so sind, dass, ich sage immer, dass niemandem ein Haar gekrümmt wird, ob psychisch oder körperlich, dass die Menschen alle Freiheiten haben, mit ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen aufzuwachsen und auch was zu werden. Von einem französischen Philosophen gibt es so den Satz, die Kinder kommen 100% begabt zur Welt und diese Gesellschaft schafft es, nur 2% davon übrig zu lassen als begabte Kinder. Das hat mir immer gut gefallen. Weil das zeigt eigentlich, wenn es um diesen Zusammenhang geht, Resilienz und wer ist schuld, dass die Kinder erst mal Kinder sind und die haben keine Verantwortung für die Verhältnisse, in die sie hineingeboren werden. Klar, wir selber als Erwachsene wissen, dass wir in Verhältnissen leben, dass wir aber auch was verändern können. Und das Dilemma zwischen Anpassung und Widerstand ist, dass wir auf der einen Seite Anpassungsleistungen erbringen müssen, wir alle, weil das unter Umständen sonst mit psychischer Not oder mit psychischer Vernichtung einhergeht. Also wenn wir nicht mitmachen, sind wir draußen. Das gilt in der Arbeitswelt, das gilt in vielen anderen Dingen und trotzdem gibt es ja auch genügend Möglichkeiten, innerhalb dieser Verhältnisse widerständig zu denken, zu handeln und auch zu fühlen. Also wir müssen nicht alle mit unseren Kindern und einer Coca-Cola und Chips vor dem Fernsehsitz und Fußballspiel anschauen. Das machen sehr viele und es werden auch immer mehr und es sind sicher keine gesunden Verhältnisse, weil die Menschen gar nicht mehr für sich handeln, sondern sich ihr Leben aufdrücken lassen. Aber wir wissen auch, dass wir das anders machen können. Wir können mit den Kindern selber rausgehen auf den naheliegenden Fußballplatz, wie ich das auch hier mache und mit denen einen Ball nehmen und mit denen versuchen, irgendein Spiel zu machen. Und dann sagen die, ist ja viel schöner als Fernsehschauen. Und ich glaube, das trägt zur Resilienz sehr viel mehr bei, als am einzelnen Kind psychotherapeutisch zu arbeiten, dass es stärker wird. Da glaube ich gerade als Psychologe überhaupt nicht daran, dass das funktioniert. Was nicht heißt, dass manche Kinder auch Unterstützung aus der Erwachsenenwelt brauchen, vielleicht auch in einer geschlossenen, nicht geschlossenen, aber in einer beschützenden Einrichtung, sondern mit einer schützenden Hand, du bist in Ordnung, wie du bist. Du bist nicht schuld an dem, wie du geworden bist. Aber da geht es eher um Schutz dieser Kinder und nicht um den Gedanken der Resilienz für die Zukunft. Also es gibt, genau, man könnte sagen, es gibt erst mal die Geschichten, die die Wirklichkeit schreibt. Aber die Wirklichkeit ist eben ein bisschen komplexer, Gott sei Dank, und ist auch widersprüchlicher. Und es gibt die Möglichkeit, wenn überhaupt die Eltern ihren Kindern Geschichten erzählen. Aber das ist schon so ein Punkt. Man kann auch vorlesen, man kann auch mal, wenn schon ein Medium im Raum ist, wie ein Fernseher auch, eine DVD kaufen, die was anders zeigt, dann könnte man mit Kindern einfach auch mal Gegengeschichten hören, lesen und sehen. Ich selber habe in meiner Kindheit sehr früh Geschichten, Romane waren das, oder Kinderbücher von der Christine Nöstlinger, das ist ja eine Österreicherin, die über 50 Kinderbücher schon immer gelesen hat. Und da geht es immer um Kinder, nicht so wie Pippi Langstrumpf, wo das weit weg von der Wirklichkeit ist, so zu leben. Da ging es immer auch um Kinder, die in der sozialen Wirklichkeit leben, aber irgendwie ein bisschen anders sind wie die anderen. Die rote Friederike ist eins. Also die Kinder waren immer so Außenseiterkinder. Und das hat mir als Jugendlicher zum Beispiel oder als 12-, 13-, 14-Jähriger immer schon imponiert, dass es so etwas gibt. Das waren so Gegengeschichten. Und ich weiß nicht, was ich heute mit meinem Sohn bespreche, aber da gibt es viele, viele Geschichten. Ich müsste jetzt ein Beispiel suchen, die immer einen anderen Aufschluss oder einen anderen Zugang zur Welt geben. Also das sind ja auch nicht nur Geschichten, sondern das sind sozusagen auch mein eigenes Leben, das er liest wie ein Buch. Und wenn der liest oder mich anschaut und irgendwie merkt, der geht abends ins Bett mit einem Buch oder er liest immer noch, er liest morgens Zeitung, dann ist, das kann man ja hier sehen, in meinem Wohnzimmer, da ist kein Fernseher vorhanden. Also der fragt nie nach dem Fernseher, sondern der sagt dann eher morgens beim Frühstück, hey, was steht denn in der Zeitung? Und inzwischen ist der 12. Und dann weiß der das schon, so kannst du mir den Wissenschaftsteil geben, weil das ist für mich das Spannendste. So was. Also das sind ja auch alternative Lebensweisen. Und klar kann ich sagen, ich bin jetzt Akademiker und ich kann mir das leisten und ich lebe anders. Aber ich denke, die Möglichkeit morgens nicht Radio zu hören, wobei man kann auch Radio hören morgens, nicht Fernseher einzuschalten, vielleicht nicht zu schweigen, sondern mit seinen Kindern morgens zu reden, einem Kind auch nett zu erzählen, so wie es ist, ist es in Ordnung. Das finde ich ganz wichtig. Jakob hat früh schon gefragt, also mein Sohn hat früh schon gefragt, warum muss ich um acht in der Schule sein oder um viertel vor acht? Ja, und dann kann man sagen, weil es so ist oder man kann sagen, du, und das wusste der schon, weil die haben in der Schule darüber geredet, es ist in anderen Ländern anders. Es gibt Länder, da geht es später los und es gibt Länder, da ist Schule sowieso anders organisiert, die haben keine Noten und dann fragt er danach und dann kann man sagen, ja, das ist halt so und das ist richtig oder man kann sagen, du, das hat die und die Logiken, das hängt mit der Arbeitswelt zusammen, das hängt damit zusammen, dass ich auch in die Arbeit gehen muss. Außerdem finde ich dein Gefühl gar nicht so schlecht, mir geht es nämlich auch so, dass ich morgens müde bin und gar nicht gerne in die Arbeit gehe. Ich bin da solidarisch mit dir, aber wir müssen beide. Und in dieser Gesellschaft muss man eben viele Sachen machen, auch wenn ich nicht damit einverstanden bin. Das ist eine andere Erzählung als die Erzählung, jetzt mach du das und das ist so und die Schule ist wichtig für dein Leben. Wo ein Kind früh merkt, dass das gelogen ist. Weil wir lernen nicht fürs Leben, sondern wirklich nur für die Schule. Das weiß der jetzt schon. Und das sind sozusagen die Fragen, kann ich einem Kind erklären, dass man auch mitmachen muss, aber anders drüber denken kann? Oder sage ich als Eltern dem Kind einfach, du musst, weil es so ist. Und die herrschenden Verhältnisse werden gar nicht hinterfragt. Und da merke ich natürlich inzwischen, dass mein Sohn eigentlich jetzt der ist, der mich in Frage stellt, weil der dann sagt, hast du da ein gutes Argument? Und manchmal muss ich sagen, oh nein, ich habe keinen. Dann sagt er, ja, dann mache ich es weiter so. Also da geht es nicht nur um einzelne Geschichten und Bücher, Romane, Erzählungen, sondern auch, um den Alltag anders darzustellen. Und ich weiß nicht, ob man dazu eine Elternschulung braucht. Ich glaube, alle von uns wissen das, weil wir ja alle auch darunter leiden. Komischerweise verbergen wir oft unser Leiden vor den Kindern und wollen irgendwie die starken Eltern sein. Aber wir dürfen durchaus auch mal sagen, mir geht es genauso wie dir. Früh aufstehen ist eine Katastrophe für mich. Und das passiert gar nichts, weil er wird trotzdem in die Schule gehen, aber er wird erleben, dass der Vater auf seiner Seite steht. Also wie der Einzelne professionell oder als Eltern in der Elternrolle die eigenen Kinder stärken kann oder sein eigenes Kind stärken kann. Ja, da gibt es diesen Satz, wenn du rausgehst, ich bin da, oder wenn du in die Welt hinausgehst, ich bin da und du kannst, also da gehört noch dazu und dann kannst du kommen. Wenn irgendwas passiert, also du bist nicht alleine, aber erstmal gehört dazu, jemanden gehen zu lassen und zwar auch dahin, wo er gehen will oder sie gehen will, wenn es eine Tochter ist oder wenn es in der Arbeit ist. Und ihm zuzutrauen, auch zuzumuten, dass er es schafft oder dass sie es schafft. Und ich bin da heißt nur, wenn es mal nicht geht, ruf an, komm zurück und hol dir Hilfe oder psychische Unterstützung oder du hast einen Ort, wo du wieder aufgehoben bist, wenn du es brauchst. Und das ist für viele Leute zum Beispiel schon sehr schwierig, Kinder einfach weggehen zu lassen, weil ja immer so viel passieren kann oder weil, ne, und, und, und. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, sie gehen zu lassen. Das ist in der praktischen Arbeit mit Kindern. Da kann ich schon ein Beispiel auch erzählen, wo ich denke, da konnte ich Kinder stärken in meiner Funktion, als da war ich Psychologe in einem Heim und wir sind drei, vier Mal im Jahr auf eine Berghütte gefahren und da zeigen sich, also da gab es genau die Sachen, die es halt so gibt. Die haben Alkohol dabei, die haben Zigaretten dabei und die haben Walkmans damals dabei gehabt und wollten halt Musik hören und die Sozialarbeiter haben gesagt, es gibt Walkman-Verbot, wir haben da miteinander geredet und ich als Psychologe sollte irgendwas machen, damit es denen gut geht. Ja, wie kann man die jetzt stärken? Also ich erzähle mal ein Beispiel, das ganz schwierig war, aber das auch, das gesellschaftlich auch ganz schwierig war, aber ich wusste, diese Jungs und Mädels waren zwischen 14 und 15 und 16, 14, 15, 16, alle hoch in der Pubertät, alle, wenn man so will, notgeil und in diesem Heim gab es auch gar keinen Ort, wo die miteinander sich ausprobieren konnten, auch nicht mal eine Freundin, oder einen Freund mit ins Heim nehmen können, auch für ihren Geschlechtsverkehr. Also die mussten dann oft in einem Auto irgendwie im Winter bei 10 Grad Minus miteinander Sex haben, was natürlich eine Katastrophe war, fand ich. Aber die Heimaufsicht und die Heimordnung hat einfach nicht vorgesehen, dass Jugendliche miteinander sich berühren und Zärtlichkeiten austauschen bis hin zur Sexualität. Auf der Hütte, das waren zwei Beispiele, gab es eine Situation, wo so ein 14-jähriges, wahnsinnig hübsches Mädel sich da hingelegt hat und ist von den Jungs massiert worden, am Rücken. Die haben sich einfach am Rücken massiert, wo sie sich erstmal schön fand. Es war nicht Walkman, es war nicht Rauchen, es war nicht Saufen, sondern die haben sich was Gutes getan. Und dann kommt die her und sagt, hey Klaus, du musst mich auch massieren. Dann habe ich gesagt, du weißt, wenn sich das rumspricht, diese sexuellen Missbrauchsgeschichten, das ist sofort in der Presse. Also das bringt mich in riesen Schwierigkeiten. Dann hat die nur gesagt, und da merkt man jetzt auch nochmal die Fähigkeit von armen Kindern, ja wenn du mich nicht massierst, dann werde ich später erzählen, du hättest mich missbraucht. Jetzt hat sie mich voll in die Falle laufen lassen und dann haben wir das in der Gruppe besprochen und jetzt war ich sozusagen der, der Unterstützung braucht. Dann habe ich gesagt, hey was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich in großer Not, helft es mir mal alle miteinander. Ich sage jetzt nicht, was ich gemacht habe. Wir sind gut von dem Wochenende zurück. Aber ich habe noch was gemacht, weil ich gemerkt habe, und das war richtig gut, die Jungs, die sind alle übersexualisiert, auch durch Computer, Pornos, und also für die ist Körper immer nur, also nackt sein zum Beispiel, wenn man aufs Klo geht, Körper ist immer mit Sexualität und ja, die haben immer nur ficken, ficken gedacht. Das haben die auch gesagt. Und dann habe ich mal, wie wir eine Wanderung gemacht haben, auch schon früh, sind wir um sieben aus dem Haus, dann war da ein Wasserfall und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr stinkt sowieso so, ihr habt euch heute noch nicht gewaschen, jetzt geht es einmal nackert unter den Wasserfall. Und dann war klar, die schämen sich, die sind ganz normale Jungs, die haben auch mal gemerkt, und ich habe da auch mitgemacht, was natürlich schrecklich war, wenn uns da wer gesagt hätte, wäre eine Katastrophe gewesen, weil dann ging es gleich darum, Psychologe missbraucht Jungs, aber die haben sich einmal gewaschen und haben einmal ihren Körper berührt, ohne, dass das gleich mit Sexualität verbunden war. Die haben gemerkt, dass man auch ein Pimmelchen hat, das man waschen darf und nicht nur immer an dieses Mädchen-Jungs-Thema und Sex denken muss. Und danach gab es ganz, ganz viele Situationen im Heim, also wir haben uns dann wieder angezogen, die haben sich abgetrocknet und das Thema Sexualität war danach, wenn man so wohl eine Stufe niedriger gekocht. Die haben plötzlich gemerkt, es ist schön, das hört sich blöd auch eigentlich, dass man sich waschen kann. Es ist schön, dass man auch mal den Körper nackt zeigen kann, ohne dass das immer gleich in Pornofantasien ausatmen muss. Und ich kann das jetzt gar nicht so gut erklären, was da gelaufen ist. Das hätte ich jetzt schon zehnmal reflektieren müssen. Aber ich war einfach so glücklich, weil die Erzieher und Sozialarbeiter gesagt haben, du, die vier Wochen nach diesem Bergaufenthalt waren die wie Schafe und Lämmer im Heim und die waren nur brav und die waren alle in Ordnung, haben ihre Hausaufgaben gemacht und das lief plötzlich. Und ich denke, das sind so Situationen, ich habe es deswegen auch jetzt ausgewählt, weil die mir große Schwierigkeiten gemacht haben. Weil ich gewusst habe, wenn das in die Presse kommt, dann bin ich weg vom Fenster. Und gleichzeitig ist das aber was, wo ich mir zugemutet habe, was zu machen, was denen gut tun kann. Also Kopf, Körper, Psyche, sozusagen so als Einheit betrachten und die irgendwie zu stärken, dass die ihren Körper auch als etwas wahrnehmen können, was einfach, ja ich habe immer damals gesagt waschen, aber wahrscheinlich haben sie ja wahrgenommen, dass das einfach schön ist, mal nackert unter dem Wasser vollzustehen. Ich weiß es gar nicht so genau, ich habe nicht reflektiert, aber ich habe gemerkt dann noch, das war Stärkung von Kindern. Und das, also zum Beispiel die 14-Jährige, aus der ist dann später auch eine richtig tolle, ja, junge Frau geworden, das würde jetzt glaube ich keiner gerne unterschreiben, aber das war eine, das ist sozusagen eine super Prostituierte in Salzburg geworden, die auf dem Edelstrich gearbeitet hat. Ich meine, das ist nicht meine Perspektive, aber die hat ihr Leben auch in die Hand bekommen und hat sozusagen einen Job gemacht, sich zu verkaufen, ihren Körper, unter den Bedingungen, aber als Dreifache verdient, als wir beide miteinander, in einem Monat. Und, ne, andere würden das jetzt angreifen und sagen, das ist doch schrecklich, aber ich denke, das ist halt ihr Weg gewesen und den hat sie ganz gut gemacht. Also ich habe die Frage zum Thema Bildung und Gesundheit, das ist schon wieder, das ist ja alles immer sehr schwierig und widersprüchlich. Aber ich habe erst was geschrieben zum Thema Bildung, wo es mir so geht wie mit Resilienz. Das sind Begriffe, das sind im Grunde Herrschaftsbegriffe. Der Bildungsbegriff spaltet. Also nehme ich mal den Begriff Kinder lernen, mit uns Erwachsenen zusammen die Welt aufzuschließen. Und schon ist das Ganze anders. Also dann bin ich wieder da, wo ich schon am Anfang war, wenn Kinder mit unserer Hilfe lernen, die Welt kennenzulernen, dann würde ich auch davon ausgehen, dass das zu dem beiträgt, was man Resilienz und gesundes Leben nennt. Wobei man natürlich auch, das habe ich ja am eigenen Leib erfahren, man kann sportlich sein, sich gut ernähren, gesund ernähren und, und, und und stressfrei leben. Es gibt ja genügend Krankheiten, die kriegt man einfach. Ein Krebs, ein Unfall. Also das sind sozusagen, das ist jetzt erst mal ausgeschlossen. Es geht, glaube ich, ganz viel um so eine psychische Befindlichkeit, dass Kinder, sage ich mal, glücklich, zufrieden und selbstbewusst aufwachsen können oder überhaupt leben können. Und da ist es nicht anders wie bei Erwachsenen. Also die Frage der Bildung ist immer schon was, was sozusagen herrschaftsförmig gedacht wird. Bildung ist immer was, was die Herrschenden brauchen, um einen Standort zu sichern oder damit man irgendwas wird in der Wirtschaft oder, oder. Wenn es aber um Lernen geht, dann würde ich sagen, ja klar, Kinder sollen so viel wie möglich mit Erwachsenen zusammen lernen können in allen Bereichen und zwar auch so lernen, dass sie, dass sie die Welt begreifen können, also auch wirklich mit den Händen, mit dem Körper, wie mit dem Kopf begreifen können und dann versuchen, einen Weg in dieser Welt zu finden, der für sie passen könnte. Und dann wäre sozusagen Lernen und Gesundheit etwas, wo man durchaus, das habe ich ja schon gesagt, jetzt wiederhole ich mich nochmal, aber wo man sagen könnte, wenn das so etwas wäre, was möglich wäre, nicht Lernen über Schule, 8 Uhr bis 14 Uhr oder irgend sowas, sondern Lernen als etwas, was dauerhaft passiert mit Unterstützung der Erwachsenen, auch in einer Schule, aber das müsste ein bisschen anders organisiert sein, ja dann werden die Kinder nicht so schnell krank. Ich meine, wenn es um Forderungen geht, was man machen kann, um Kinder zu stärken, dann ist erstmal schon wieder das Problem da, Forderungen gehen an einzelne Personen. Erstmal sind wir nur als Menschen da, natürlich kann man gesellschaftlich, politisch, sozial Sachen fordern, ist geschenkt, dann muss man sowieso. Also wir wollen natürlich, dass jedes Kind so viel wie möglich lernen kann, dass jedes Kind aufwächst, ohne Armut, ohne krank sein und, und, und. Gehen wir mal davon aus, dass das geschenkt ist. Es geht ja auch darum, was fordern wir von uns selbst und von den anderen Erwachsenen, würde ich sagen. Die erste Forderung ist grundsätzlich, fordert nichts von Kindern. Also außer, dass wir die Kinder fordern, weil wir da sind, aber wir als Erwachsene sollen aufhören, die Kinder zu ändern, sondern wir können uns nur selbst ändern. Also lasst die Kinder in Ruhe, mit Veränderungswünschen, lasst sie einfach erstmal so, wie sie sind. Das wäre das Allererste. Die zweite Forderung, was wir tun können, damit es die Kinder gut geht, damit sie stark werden, ist tatsächlich für uns als Erwachsene die Position, zu versuchen, die Position der Kinder einzunehmen und sie zu verstehen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, die zeigen, wie sehr Eltern zum Beispiel oder auch Sozialarbeiter aus irgendwelchen Logiken raus Kinder schützen wollen und sie damit schädigen. Ich sage das mal am eigenen Sohn auch, diese typische Geschichte im Winter, muss man den Kindern Handschuh anziehen und eine Mütze aufsetzen, weil sie frieren können. Die Kinder haben gar keine Entscheidungsmöglichkeit. Und im Sommer gibt es sozusagen andere Logiken, aber was ich hier in der Siedlung, wo ich wohne, erlebe, was ich in sozialen Einrichtungen erlebt habe, immer wissen Erwachsene, wann das Kind erfriert, wann ihnen warm ist, wann sie aufs Klo müssen, wann sie essen müssen, wie viel sie essen müssen. Also es könnte auch schon mal ganz gut sein zu sagen, mein Kind entscheidet selber, wie es sich kleidet, was es kleidet, wie warm es sich kleidet, was es isst, wann es isst. Klar gibt es dann Konflikte, aber dann geht das Leben erst los. Ja, wenn ein Kind immer um sieben essen muss und um acht Uhr ins Bett muss, ja, das sind ja stalinistische Prinzipien, alle Kinder gleich zu behandeln. Ein Kind braucht nur acht Stunden Schlaf, mein Sohn braucht elf Stunden Schlaf, sein Freund da drüben in der Nachbarschaft, der braucht sechs Stunden Schlaf. Kinder sind ganz unterschiedlich, das wissen wir. Aber es gibt Logiken, wo dann die Eltern sagen, du musst um acht Uhr ins Bett oder du musst im Winter dich so und so anziehen. Ja, mein Sohn hat das auch erlebt, also Mütze, soll er an den Handschuh und der ist ums Eck geredet und dann habe ich ihm ein paar Mal zugeschaut und dann hat er alles wieder runter, weil es ihm zu Hause war. Der ist ja Ofen gewesen, immer schon im Winter. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, das ist ja ein Schmarrn, ich kann es ihm ja mitgeben, einen Schuhranzen, aber er kann selber entscheiden, wenn er sich Handschuh anzieht und in zehn Minuten auf dem Weg zur Schule erfriert man auch nicht. Das ist ja das andere. Also den Kindern auch wirklich es zuzutrauen, dass sie viele Sachen lernen und das wäre dann schon das Dritte vielleicht, aber das Zweite wäre, die Voraussetzung ist, mich in ein Kind reinzudenken und nicht das Kind als meine Funktion zu sehen. Also das ist was, was ich bei vielen Erwachsenen erlebe mit ihren Eltern, dass sie immer sagen, meine Eltern wollen, dass ich das Leben lebe, das sie sich für mich vorgestellt haben und es ist eine heftige Auseinandersetzung, wenn wir beginnen zu sagen, wir leben unser Leben und die Eltern merken plötzlich, das ist nicht das, was sie wollten für uns und da beginnen die Konflikte und auch da würde ich sagen, da sind viele Erwachsene nur wie Kinder, weil sie sich immer noch an das halten, was ihre Eltern wollen und nicht mal überlegen, was ist eigentlich mein Leben und das wäre natürlich auch eine Forderung an uns zu kapieren, wir müssen unser Leben leben und wir dürfen die Kinder nicht funktionalisieren für unsere Probleme. Wir für Ehepaare grünen Kinder, weil es gerade kriselt und da meinen sie, ein Kind rettet die Beziehung. Ja, das Kind kann die Beziehung vielleicht kurzzeitig retten, aber das Kind ist dann verloren. Da entstehen Probleme und das wären so Dinge, da könnte man sicher, wenn wir länger darüber diskutieren, könnte ich auch mehr an Forderungen finden, aber die zentrale Forderung ist, versucht, die Kinder zu verstehen und witzigerweise ist das wahnsinnig schwer. Das ist eigentlich ganz leicht, aber wie die Rosa Luxemburg sagt, das Einfachste ist das, was schwer zu machen ist. Ja, genau. Forderungen an die Gesellschaft habe ich erst mal gar keine, weil ich schon das Problem habe, dass ich sage, was ist denn überhaupt Gesellschaft? Also das ist ja, an wen ist das? An die Familienministerin oder an die Eltern? Also es gibt, ich habe immer dann Forderungen in den Bereichen, wo ich tätig bin. Ich verlange von meinen Studenten was, ich verlange eventuell auch sehr viel, ich fordere die, ich verlange von meiner Frau und von mir was, ich verlange von Jakob was, ich lasse auch von mir, mir auch viel abverlangen, aber klar habe ich ein Idealbild, ich habe ein Bild, wie wir als Menschen zusammen leben, aber ehrlich gesagt, da habe ich erst mal gar keine Forderungen, weil ich bin der Mensch, der sagt, ich mache es mit anderen. Ich mache hier ehrenamtlich Wanderungen mit Kindern, ich tue Klettern mit Kindern, ich mache selber mit Kindern auch Tätigkeiten und da, natürlich brauche ich als Forderung dann an Sportvereinen, dass sie irgendwie genügend Geld und ein Seil und genügend Sicherheitsbedingungen haben zum Klettern, aber ich bin eher einer, der immer gesagt hat, klar fordere ich das, ich habe eine Utopie, aber ich trage meinen Teil dazu bei. Und fordern heißt auch selber oft sich auf die Position des Nichtstuns zu stellen, weil das sollen die anderen machen. Klar, wir brauchen ja nur die Kinderrechtskonvention lesen, wenn wir die jetzt da hätten, die ganzen Artikel, da steht im Grunde alles drin, wie Kinder gut aufwachsen können. Und wenn man dann weiß, dass Deutschland ein Landestes, das erst sehr spät ratifiziert hat, weil der Innenminister nicht einverstanden war, dass auch Flüchtlingskinder angemessenes Leben hier leben können in Deutschland, da wäre dann schlecht, wenn man sowas liest. Das ist, ich weiß nicht, erst vor zehn oder zwei Jahren unterzeichnet worden. Und ich weiß nicht, wie viele Länder auf der Welt diese Kinderrechtskonvention bis heute noch nicht ratifiziert haben. Und wenn sie ratifiziert ist, heißt das nun überhaupt nicht, dass auch dem Genüge getan wird in Bezug auf Bildung, Gesundheit, Anerkennung ihrer Rechte als Kinder. Also da würde ich sagen, wenn wir das lesen, die Kinderrechtskonvention, da kann ich alles unterschreiben. Das sind die Forderungen. Die Forderungen sind aber alle schon gestellt und die Politiker haben die alle auch zur Kenntnis genommen und genickt. Aber die Wirklichkeit schaut ganz anders aus. Das gilt übrigens, das muss man glaube ich dann auch nochmal sagen, ja nicht nur für Kinder. Das gilt ja für uns alle. Und die Kinder sind ja nur eine Gruppe, die besonders, also die sozusagen ein bisschen schwächer ist, weil sie sich noch nicht wehren kann oder auch noch nicht in dieser Gesellschaft Recht und eine Stimme hat. Aber wo haben denn wir große Rechte und große Stimmen? Wir leben doch dauernd, wie über unsere Köpfe hinweg entschieden wird. Und darum bin ich auch Vertreter von dieser Position, wir müssen einfach selber was tun und nicht jammern. Und wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber wenn ich gar nichts tue, dann brauche ich mich auch nicht beschweren. Ist glaube ich auf alle Fälle in der Kinderrechtskonvention drin. Klar, Kindergrundsicherung. Also Kinder als eigenständige Lebewesen denken, die ja eigene Absicherung brauchen. Die Frage, die sie dann in der Praxis stellt, ist, wer verfügt über diese Grundsicherung? Wenn das die Eltern sind, dann wissen wir genau, dass das in Alkohol fließen kann. Kann sein, ja klar. Andererseits, ja, und ich glaube, Kindern traut man zum Beispiel auch nicht zu frühzeitig mit Geld umzugehen. Also ich finde das völlig absurd, dass zum Beispiel der Sechsjährige nicht drüber in der Familie mitbestimmen kann, was er braucht. Dann gibt es dieses blöde Taschengeld, das irgendwie so der Versuch ist, den Kindern einen Raum an etwas einzuräumen mit sechs oder acht Euro im Monat, anstatt zu sagen, ja, wir haben hier, also Jakob, mein Sohn lebt in einer gut verdienenden Familie auf oder jetzt mit zwei getrennten Eltern. Der kann in Anspruch nehmen, dass er sagt, ich brauche ein neues Radl. Na, wenn ich dann sage, hey, das kostet 350 Euro, dann kann ich auch sagen, ja, aber du hast ja auch ein Akkordeon für 5000 Euro gekauft. Das sind ja, also, warum soll der Kind mit sechs nicht über seine Bedürfnisse mitbestimmen können? Stattdessen werden die Kinder mit Taschengeld abgespeist. Und wenn eine Grundsicherung da wäre, dann ging es natürlich auch um die Frage der Verfahrensweise. Wie können Kinder Zugriff kriegen? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Kinder, ich weiß nicht, ab wann, ab 12 oder 14 erst als rechtsfähige Subjekte betrachtet werden, die mit Geld umgehen können. Aber meines Erachtens können die schon sehr viel eher über ihre Bedürfnisse mitbestimmen. Und ich kenne wenig Familien, die einfach einen Topf haben mit 500 Euro im Monat, wo ein Kind einfach rausnehmen kann, wenn es was braucht. Weil die Eltern das dauernd kontrollieren, aber die Eltern werden nicht kontrolliert vom Kind. Ob die dann Schnaps kaufen oder Zigaretten oder mal zu viel Schokolade oder Süßigkeiten, nur immer beim Kind wird kontrolliert. Und da wird es sofort so, klar, Grundsicherung für Kinder. Und da wird es so, dass wir die Schwung machen können, wir sind so, dass wir die Schwung machen, Und da wird es so, Und da sind wir die Schwung machen,